Countdown, Future. Guten Abend, hätten Sie das gedacht? Ich bin aber jetzt nicht bei TV Brasil, Potsdamer Platz Berlin, unterwegs mit diesem Bike. Heute nicht, aber bald wieder. Keine Frage, Pausche im Panther. Die Achtgipfel. Und jetzt sehen Sie den Hammergipfel aus Nürnberg unter dem Motto, retten aus Leidenschaft. Ich glaube, mehr verträgt die Linse nicht, oder doch? Was denken Sie, was jetzt kommt? Das sprengt garantiert jede Linse. Mandela ist gegangen, Mohawk ist noch da. Ich habe Eingang. Vielen Dank, Nürnberg. Die Zeit läuft. Ich hab die Bühne gebeten vor. Game, set and match. Moorhard. Sandok and Friends, ich bedanke mich bei der WBG, Europe Nürnberg Bavaria Foundation. Ob sie eine Foundation ist, weiß ich nicht. Ihre Zeit ist gekommen. Der kommende Menschenrechtspreis in Nürnberg 24, ob der vergeben wird, weiß ich nicht. Wenn ja, bin ich da. Ich wurde gerade gefragt, ist das Drehbuch schon geschrieben? Das ist seit Jahren schon geschrieben. Auf dem Weg zum nächsten Bunker? Wer weiß. Hören Sie genau hin. Und ich weiß, welche Buchstaben ich zu verwenden habe. Und ich weiß, wie ich die Vokale und die Konsonanten sowohl vor den Gittern als auch hinter den Gittern Ihnen zelebriere. Ohren auf, Augen auf. Hier spricht ein anderes Kaliber als Gustl Mollat. Denn der war nicht bei Bush, Putin, Tony Blair. Viel Spaß, wenn Sie andere Perspektiven wahrnehmen, die Ihnen angemessen sind. Und Täter lasse ich garantiert niemals Richard Stumpf, ehemaliger Staatsanwalt Nürnberg, Landgericht Bamberg, so einfach davon kommen. Und der Verkäufer von diesem Schläger, ein Tennis-Schläger Maxplay, historisch, der hat heute gesagt, am 31.08.24, er ist mit in meinem Spiel und er kennt einen Ex-CAO, nicht nur der WBG. Dann wird's heiß. Sie haben die Möglichkeit, unter tvgradakom.gmail.com, mohat007.gmail.com oder und podcasttv7.gmail.com sich zu melden. Denn wenn Spiegel-TV, Stern-TV, CNN, BBC, TV London auf der Bildschirm-Matscheibe das rüberbringen, was ich in einem Tresor habe, dann machen auch die Töchter der Stadt Nürnberg goodbye, ciao, ciao, ciao. Mit Kakao oder ohne, das ist die Frage. Viktorie im Sinne von Dr. Josef Ackermann, Leistung auf Leidenschaft und jetzt Rechen aus Leidenschaft. Und ich danke diesem Vorstand, der mir diesen Schläger verkauft hat. Alles Gute? Ich hoffe für Sie. Ich gehe mit der Zeit. Ich gehe mit der Zeit. 12 Uhr Mittags ist vorbei. Galakom TV ist jetzt. Gute. Ich gehe mit der Zeit. Vielen Dank.